Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Inge Jochims mit dem 23. Video aus der Serie Alles über Gaslighting – Soziale Formen von Gaslighting Teil 2 Eine der wichtigsten Formen von Gaslighting neben der Form Gaslighting in der Partnerschaft ist die Form Gaslighting durch die Eltern. Die Realität eines oder mehrerer Kinder wird geleugnet, abgewertet, nicht zur Kenntnis genommen inklusive der Gefühle, weil die Wahrheit für die Eltern zu unbequem wäre und das Gesamtsystem destabilisieren würde, wovor ein oder beide Eltern sehr große Angst haben. Konstantes Gaslighting der Eltern gegen die Kinder hat extreme Auswirkungen auf die Bildung der eigenen Identität. Diese Kinder brauchen später Unterstützung dabei, die eigene Identität zu finden, denn Separation und Individuation unterbleiben. Das ist es ja, was der gestleitende Elternteil sehr häufig unbewusst möchte. Er möchte, dass das Kind mit ihm verschmolzen bleibt, ein Teil von ihm selbst ihn oder sie nicht infrage stellt, nicht zu einem eigenständigen Individuum wird, auch wenn auf der verbalen Ebene natürlich alles ganz anders aussieht. Also kein gestleitender Elternteil würde sagen, ich bin emotional so bedürftig, dass ich mein Kind ewig bei mir haben möchte, sondern er würde sagen, wir wollen selbstständige Kinder nur. Sobald irgendeine selbstständige Handlung entsteht, wird diese sofort bestraft und gehemmt, vor allem gehemmt durch Gaslighting. Die Folgen des Gaslighting durch die Eltern sind chronische Selbstzweifel, schwere Ängste und es wird an Lebtag, an der eigenen Urteilsfähigkeit gezweifelt, was dazu führt, dass es tatsächlich zu dem kommt, was auch maligne Pubertäten genannt wurde. Das heißt Pubertäten, in denen die Identitätsbildung nicht abgeschlossen wird. Die Kinder sind hinterher die Scheiternden in der Gesellschaft und brauchen dann, besonders wenn die Eltern vermögend sind, die Eltern tatsächlich weit über einen vernünftigen Zeitrahmen hinaus, wieder und wieder. Und das ist das unbewusste Ziel Gaslightender Eltern gewesen. Gaslighting durch die Eltern trifft alle Kinder, in der Regel aber das Scapegoat-Kind mindestens. Und dann, der Rest der Familie stellt sich häufig hinter den Gaslighter, die Gaslighterin. Man muss wissen, das ist ja auch häufig der Financier. Und übernehmen deren oder dessen verzerrte Realitätssicht. Das heißt, das Scapegoat-Kind kann eigentlich nichts anderes tun als gehen, denn eine Chance im Familiensystem bekommt es nicht. Das wäre für die Gaslightenden Eltern zu bedrohlich. Gaslighting in Partnerschaften. Eine Drohung wird verlassen, der andere wird für psychisch krank erklärt. Es wird auch Schlüssel- oder Fernbedienung systematisch versteckt. Und wenn der Partner dann sagt, das hat dich doch dahin gelegt, dann sagt der Gaslighter, nein, das hast du nicht, du fängst dir ein bisschen an zu halluzionieren, oder? Und Reaktionen werden pathologisiert. Also das sagst du jetzt nur, weil deine Mutter oder das sagst du jetzt nur, weil du eine schwierige Vaterbeziehung hattest. Hier ein erster Rat. Es wird noch ein extra Video geben, wie stoppe ich einen Gaslighter bzw. eine Gaslighterin. Also wie man in solchen Situationen Grenzen setzt. Aber als ersten Rat vereinbart in der Beziehung, dass nicht mit diagnostischen Fachbegriffen umhergeworfen wird und auch nicht Pseudo-Psycho-Pseudo-Therapie gespielt werden darf. Deutungen wie, du hast diese oder jene emotionale Schwierigkeit, weil deine Mutter oder weil dein Vater oder weil deine Geschwister sollten von einem qualifizierten Therapeuten kommen und von sonst niemand. Auch wenn der Bildungsgrad, was psychische Prozesse angeht, enorm zugenommen hat. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen in den Beruf des Therapeuten wechseln und andere diagnostizieren. Das ist ein schwerer, schwerer Übergriff. Also ganz besonders dann, wenn sich einer mit Psycho beschäftigt, Vereinbarung treffen. Nein, psychologische Fachbegriffe wie Narzisst oder Borderline oder psychoanalytische Deutung, um die nicht gebeten wurde. Du hältst meine Intensität nicht aus. Oder du denkst, du fühlst, du machst, sind im Streit nicht zulässig. Denn dann werden die Begriffe, die einst für Liberation, für Befreiung entwickelt wurde, zur Waffe. Wenn in Partnerschaften konstant Gaslighting stattfindet und man nicht sofort gehen kann, es ist immer noch die beste Lösung, wenn man entdeckt, man ist an einen pathologischen Gaslighter geraten, nicht lange auszuhandeln, nicht lange zu diskutieren. Man wird beim Abschied eine Beschimpfungsorgie ernten. Man kann sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich ernte diese Beschimpfungsorgie und ich gehe. Aber wenn es nicht möglich ist, zu gehen, beispielsweise weil es gemeinsame Kinder gibt, dann ist es sehr wichtig, nicht isoliert zu werden und auf jeden Fall einen sehr soliden Freundes- und Bekanntenkreis außerhalb der Beziehung zum Gaslighter aufzubauen. Nun zum Thema Gaslighting am Arbeitsplatz. Da werden dann Arbeitsbeiträge geleugnet, wie das habe doch ich gemacht. Oder Promotion wird besprochen und nicht gehalten. Also wenn Sie jetzt an diesem Projekt Ihr Bestes geben, dann werden Sie hinterher befördert. Dann gibt man sein Bestes, macht so und so viele Überstunden und dann sagt der Boss, habe ich nie gesagt. In diesem Falle ist Dokumentation zentral, besonders dann, wenn ein Kollege oder ein Kollegin anfängt, Informationen vorzuenthalten. Möglichst viel per E-Mail, möglichst viele schriftliche Notizen, möglichst sauber und wieder auffindbar abheften, sodass man dokumentieren würde, was wurde gesagt. Gaslighting während der Scheidung und hier ist es entscheidend wichtig, den Begriff nicht zu verwenden. Ich hatte das schon im Zusammenhang mit Therapeuten gesagt. Kluge Menschen lassen sich sehr ungern ein Urteil aufdrücken. Wenn du zu einem Rechtsanwalt gehst und sagst, mein Mann ist Narzisst, das ist Fakt oder mein Mann gaslightet mich, drückst du ihm ein Urteil auf und er kann zu deinem Urteil nur noch Ja oder Nein sagen, was die wenigsten gern tun. Schon gar nicht tun das Richter, die ihren Beruf anständig ausüben. Das heißt, dieser Begriff wird nicht verwendet, nicht vor Rechtsanwälten, nicht in Mediation, nicht vor Gericht, niemals vor dem Richter, nicht in Scheidungsverhandlungen. Sondern was verwendet wird, sind dokumentierte Erfahrungen. Das wurde gesagt, das wurde getan, das wurde gesagt in der Formulierung, das wurde getan. Nochmal zusammengefasst, so viele Notizen, Aufzeichnungen, wie irgend möglich während des Prozesses. Hier noch einmal eine Zusammenfassung. Gaslighting findet bevorzugt in hierarchischen Beziehungen statt. Arzt, Patient, Lehrer, Schüler, Rechtsanwalt, Klient, Boss, Angestellter, Eltern, Kind. Immer dann, wenn einer die Deutungshoheit der Realität hat und dem Schwächeren gegenüber seine Interessen durchsetzen möchte. Ich wiederhole es nochmal, diese Interessen zielen immer auf eine Hemmung von Verhalten. Das heißt, derjenige kommt mit einem Fehlverhalten durch, weil die Reaktion des anderen durch Gaslighting gehemmt wird. Das war Enke Jochims, ich sage auf Wiedersehen und freue mich auf weitere Videos in dieser Reihe. Das war Enke Jochims, ich sage auf Wiedersehen und freue mich auf Wiedersehen.